Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Geht's dir immer noch so schlecht? Ja, mir geht's sehr schlecht. Ist es nicht besser geworden seit gestern? Wirklich? Gar nicht? Ach man. Hast du wieder Milch getrunken? Wirklich nicht. Wirklich? Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Du sagst mir aber auch die Wahrheit, ja? Ja. Okay, gut. Das ist jetzt nicht wahr. Noah! Als ich die Milchpackung gefunden habe, war ich total geschockt. Also ich weiß nicht, wie oft ich Noah jetzt erklärt habe, warum er keine Milch trinken darf, woher die Krämpfe kommen, was Laktoseintoleranz ist. Immer und immer wieder. Und dann liegt da wieder eine Milch. Ich bin total am verzweifeln. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Noah! Noah, was machst du da? Du sollst doch keine Milch... Mach die zu! Noah! Lach... Mach... Lass das doch! Noah! Du weißt ganz genau, dass du davon Bauchschmerzen bekommst. Hör doch auf! Warte auf damit, Noah! Es reicht jetzt langsamer. Wirklich! Ich habe dir das gerade eben nochmal erklärt. Du tust dir doch selber weh, wenn du Milch trinkst. Boah, ich muss aufs Klo. Ach, Mann, ey. Ich brauche Hilfe. So geht das nicht weiter. Mutter Lisa hat sich in ihrer Verzweiflung an Familienhelferin Diana Richter gewandt, die die Wagners vier Tage später besuchen will. Mittlerweile hat der zehnjährige Noah sogar noch eine weitere Marotte entwickelt. Noah? Was... Was hast du denn da hinter der... Was versteckst du denn da hinter deinem Rücken? Kannst du mir das... Was machst du mit dem Taschentüchern? Müssen das jetzt so viele sein? Ich meine, da ist jetzt die ganzen Taschen voll. Ja, Mann, du nervst dich. Ich geh jetzt auf mein Zimmer. Ja, danke fürs Gespräch. Also ich hoffe, dass die Familienhelferin mir jetzt erklären kann, was genau da los ist. Also weil ich bin am Ende mit meinem Latein und kann es mir auch nicht mehr erklären. Also zwei Taschentücher, aber zwei, drei Packungen verstehe ich nicht. Er trinkt weiter Milch, obwohl wir ihm mehrfach erklärt haben, dass es so nicht funktioniert hat. Gibt es eine Situation, wann macht er das? Abends, wenn er zu Hause ist und schlafen geht? Oder ist es eher vor der Schule oder nachmittags, mittags? Tatsächlich eher morgens schon, aber auch im Laufe des Tages auch immer mal wieder, aber schon eher doch morgens, ja. Könnte es vielleicht was mit der Schule zu tun haben? Hat sich da vielleicht irgendwas verändert? Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil er ist jetzt zum Gymnasium gewechselt, fünfte Klasse, bin sehr stolz und das macht er auch ganz gut bis jetzt. Ich würde gerne den Noah mal kennenlernen, dass sie nichts dagegen haben. Und zwar ist ihr zehnjähriger Sohn Noah laktoseintolerant und er weiß darüber Bescheid, er ist darüber kindgerecht aufgeklärt worden. Und trotzdem trinkt er in Unmengen Milch und provoziert es, dass er mit Magenschmerzen, Bauchkrämpfen und Durchfall zu Hause im Bett liegen muss. Mensch, wie geht's dir denn? Geht so. Geht so, nicht so doll, ne? Du trinkst immer Milch, obwohl du glaube ich eigentlich weißt, dass du das gar nicht trinken sollst, kann das sein? Kann das vielleicht ein bisschen was mit der Schule zu tun haben? Nee? Hast du vielleicht Streit mit einem Freund? Familienhelferin Diana Richter befürchtet, dass der fast schon zwanghafte Milchkonsum des Fünftklässlers eine tiefsitzende Ursache hat und soll damit noch Recht behalten. Also, ich möchte gerne heute mit dir zusammen herausfinden, warum du das machst. Und oft ist es so bei Kindern in deinem Alter, dass man das unbewusst macht. Aber die Mama, die macht sich ganz schrecklich Sorgen. Ohne einen wirklichen Verdacht zu haben, bin ich aus eigener Vermutung heraus auf Noah zugegangen, um mir das nochmal bestätigen zu lassen, dass es ihm in der Schule und mit seinen Freunden und mit seinem Umkreis gut geht. Und er konnte mir auch relativ schnell zeigen, dass dort wirklich alles in Ordnung ist. Das heißt aber, ich musste weiter suchen, warum Noah sich dieser Gefahr aussetzt. Ich gebe dir jetzt eine Stiftfarbe und dann bitte ich dich, die Emotionen einfach aufzumalen, womit du jetzt zum Beispiel das Orange verbindest. So ganz spontan. Oh, das wird ein Hundeknochen. Nein. Nein. Das sind meine Freunde. Okay, und du hast ein Lächeln im Gesicht. Ich habe das Gefühl, das ist sehr positiv. Okay, dann möchte ich dich bitten, mir was zu blau, eine Emotion zu blau zu malen. Zwanghaftes Verhalten hat häufig mit abstraktem, Formen, Farben oder Zahlen zu tun. Mit der Aktion will Diana Richter Noas Reaktion auf unterschiedliche Farben testen und trifft damit ins Schwarze. Das ist alles positiv. Bei den Farben des Lebens fehlt aber noch eine Farbe und zu der brauche ich auch eine Emotion. Warum machst du das? Ein unwohles Gefühl kommt mir halt. Wo? Kommt auch. Kann das sein, dass du in deinen Taschen Taschentücher hast? Magst du mir die mal zeigen, dass ich mal weiß, wie viele das sind? Das sind ganz schön viele Taschentücher und du brauchst die nicht für deine Nase. Was hast du für eine Emotion? Hat das mit der Farbe zu tun? Ja. Weiß? Verstehe ich das richtig, dass du versuchst, den roten Stift mit einem weißen Taschentuch zu neutralisieren? Machst du das mit der Milch auch? Weil die Milch weiß ist? Aber warum? Was verbindest du denn mit Rot? Ist das in Ordnung, wenn ich die Mama mit dazu hole, dass du dich mit mir nicht so unwohl fühlst? Okay? Ja? Frau Wagner? Nach der Aktion mit dem roten Stift wusste ich, dass Rot ihn triggert. Die Frage ist aber, warum? Ich habe gemerkt, darüber nachzudenken, warum er sich so verhält, das schottet ihn wieder ab. Und da habe ich mir versucht, Hilfe zu holen, indem wir die Mutter wieder dazu holen. Hey, was ist los? Ach, wegen dem Rot. Was? Wegen dem Rot. Geben Sie mir mal bitte das Rot. Den Pullover? Alles gut. Guck mal, ich tue es weg. Ich mache es weg. Ich mache es weg. Setzen Sie sich doch bitte gerade mal dazu. Schatz, was ist denn los? Guck mal, ich habe es aus dem Blickfeld. Alles gut. Ich bin dank seiner Hilfe schon so weit gekommen, dass ich herausfinden konnte, dass es was mit Rot zu tun hat. Mit Rot? Mit Rot. Die Farbe Rot? Okay. Der Rot löst bei ihm Unwohlsein aus. Er versucht mit dem Milchtrinken zu neutralisieren. Ich hole den Pulli jetzt mal bei mir auf den Schoß. Ich bin da. Der berührt dich nicht. Okay? Schatz, wir sind hier. Er berührt dich nicht. Genau. Ich hole ihn einfach nur mal hier vorne aufs Knie. Dass du siehst, guck mal, ich habe auch die Hand drauf. Passiert nichts. Ich habe die Hand drauf. Du bist ganz tapfer. Das machst du ganz toll. Ganz tapfer. Ist das Gefühl wieder im Bauch? Soll ich es nochmal weglegen? Schatz, möchtest du mal erzählen, was passiert ist? Weißt du, es ist ganz wichtig, sich solchen Situationen zu stellen. Dafür bin ich heute da. Genau. Ruhig mal. Noah, ist das dein Schulranzen? Mein Schulranzen? Okay. Was? Komm, setz dich dazu. Erklär mir, erklär mir, was du hier siehst. Deine Bekanntenarbeit? Okay, die hast du mir noch gar nicht gezeigt. Die kenne ich gar nicht. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum? Ich glaube schon. Du hast alles, was rot angemarkert ist vom Lehrer, hast du mit Tippex übermalt. Darf ich mal umschlagen? Diese Klausur, ja, die war mit ganz viel Tippex übermalt. Und in seiner kindlichen Not hat er das gemacht, weil er ein ungutes Gefühl damit bekommen hat. Er hat sich als Versager gefühlt, da hat er eine schlechte Note nach Hause gebracht, von der er seiner Mutter noch gar nicht berichtet hatte. Wie hast du dich damit gefühlt? Doof. Doof, okay. Und dieses Gefühl vom Doofsein, das wolltest du einfach wegmachen. Und deswegen mit Tippex oder mit Milch trinken oder mit den Taschentüchern neutralisiert. Bei Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren kommen solche Zwangsverhalten oft vor. Es sind keine Zwangsneurosen und auch keine Zwangsstörungen. Hier ist einfach eine Emotion, die in dem Moment nicht verarbeitet werden kann. Und Kinder in ihrer Not heraus, genauso wie hier in dem Fall von Familie Wagner, versuchen mit einem guten Gefühl das Negative zu überspielen. Familienhelferin Diana Richter betreut Noah weiterhin. Mittlerweile hat er schon gute Fortschritte gemacht und seine Angst wurde Farbe Rot immer besser unter Kontrolle.